Hallo, wir sind zwei Filmproduzenten aus Tirol, die endlich das Vergnügen haben, miteinander zu arbeiten. Mein Name ist Maximilian Nicola Wenning, ich bin Produzent und Schauspieler. Mein Name ist Immanuel Christoph Degen und ich bin Regisseur, Drehbuchautor und auch Schauspieler. Genau, und wir haben ein sehr ambitioniertes Projekt für euch vorbereitet, denn es heißt... Exuminus Exum Draculas Wiederkehr. Und wie man im Titel schon hört, geht es darum, dass der Dracula nach über 500 Jahren zurückkehrt zu untotem Leben und dabei die Welt unsicher macht. Genau, also ihr merkt, das klingt schon sehr spannend. Wir haben auch super Schauspieler für dieses Projekt, unter anderem den renommierten Schauspieler Klaus Rormoser, der auch schon mit Felix Mitterer zusammengearbeitet hat und lange, jahrelang Direktor vom Landestheater in Innsbruck gewesen ist. Und wir benötigen aber auch gleichzeitig eure Unterstützung, denn wir wollen das Ganze groß aufstellen und deswegen seid ihr gefragt. Genau, und deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt und ich hoffe, wir sehen uns dann alle gemeinsam im Kino. Genau, es gibt auch zahlreiche Belohnungen zu gewinnen, also bleibt bitte dran. Und damit ihr jetzt auf den Geschmack des Filmes kommt, habt ihr auch eine Szene von uns. Genau. Ja, super. Bis hoffentlich ganz bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, viel Willi. Und wir sehen uns. нет du? Look up there guys, go and roll the light shimmering with the lantern, torch, I don't know, like a bitch back on, I don't know.